Doppel 16 für Sascha. Oh, mit dem ersten. Jetzt stimmt die Anzeige wieder. Und Doppel 3. Doppel 3 für Sascha. Dann macht er den Zweierweg. Und den checkt er. Klasse, der hat jetzt Sascha zum 2-0. Den wollte er nicht. Er wollte sich auf jeden Fall einstellen. So, 2.50. Ja, jup. Für Tops. Ja, der ist der Anschlussreifer. Niko Verkürzung 1-2. Und darf jetzt auch anwerten. Tops. 16 Rest für Sascha. Tops für Niko. Und Niko macht ihn mit dem ersten Decider. Ich hab's gesagt, es geht in den Decider hier. Sascha hat den Vorteil. Er hat wohl gewonnen. Auf geht's. Ins fünfte und ein Schein-Elec. Sascha startet, so wie man starten will hier mitnimmt. Jawohl. 180. Schicke Darts von Sascha Wandrei. Gehen für Sascha. Oh, knapp an der Doppel-Sex vorbei. Oh, wir gehen auf die Doppel-Firmen. Da ist, oder? Sascha Wandrei gewinnt gegen Niko Funke. Mit 3 zu 2. bei einem guten Gain. Und wo 3 zu 2 und 4 Vielen Dank.